Du bist aufgrund von Strahlung mutiert, das bringt sowohl positiver als auch negativer Effekt mit sich. Radaway hilft mir. Die Effekte haben dann schon seit Stadt-Effekte gezeigt. Da, Fleischfresser. Ist Fleisch, aber kein Gemüse, denn ohne Krankheit mit zweifacher Vorteilen. Dann nehme ich lieber Radaway. Denn mit Radaway geht das Radaway. Und ich könnte mir wieder abgekochtes Wasser gönnen. Dann haben wir einen Schluck aufbereitetes Wasser. Und dazu noch was zu essen. Wir halten es uns dafür hier. Oh, ich habe doch noch Köterkeulen. Frische, leckere Köterkeulen. Natürlich führt man Weg durch die Stadt. Was auch sonst. Und ich gucke mal an, was ich hier noch finden kann. Brotkasten, den könnte ich ganz nehmen. Nicht einfach die Sachen rausnehmen, sondern einfach ganz im Brotkasten mitnehmen. Pfeffer, Hundefutter in einer Dosis. Ist auch immer gut. Jetzt bestimmt ein paar Starköche, die selbst aus so was noch was richtig Gutes saugen können. Kann ich hier durchs Fenster gehen? Kann ich hier durchs Fenster gehen? Kann ich hier nicht so sein zu gehen. Mal gucken, was hier noch schön ist. Schraubenmodifikatoren. Salz. Bin ich hier reingelaufen. Naja, wie dem auch sei. Ich muss mich jetzt hier etwas links halten. Hier geht der Fluss durch, oder? Ja. Vielleicht hätte ich dem Flusslauf folgen sollen. Vielleicht sind wir noch nicht, immer noch nicht über die große Brücke gegangen, die ich am Anfang gesehen habe. Wir gehen jetzt hier lang und dann übers Wasser. Möglichst bald. Und zwar hier links. Helvetia. Benannt nach einer Schriftart. Benannt nach einer Schriftart. Die Stadt, durch die ich jetzt nochmal schnell durchlaufe. ich habe noch nicht über den fluss dafür doch richtig und auch nicht mehr fluss und das flugzeug irgendwo abgestürzt na schön jetzt kann ich hier noch ein bisschen holz sammeln damit ich wieder wasser hier holen kann geht es da ist die holzbank zwei holzreste hier nicht da hoch sieht fast wie eine treppe aus hier nur fast ich glaube das war der richtige weg ok ich hätte natürlich längst gehen können soll da war ich habe einen stress super mutanten na super mutanten sorry Menschlicher, was? Kiefer. Ich dachte eben, wer baut denn hier menschliche Käfer? Ich bin hier jetzt sicher nicht. Vorsicht. Ich stelle das Top-of-the-World-Funk-Signal ein. Radio. Wenn ihr mich hören könnt, nach Top-of-the-World-Funk-Signal ein. Ich brauche Hilfe, damit wir, sie glauben, dass sie, freue mich, sie kennenzulernen. An alle, hier spricht Rose. Wenn ihr mich hören könnt, nach Top-of-the-World-Funk-Signal ein. Ich brauche Hilfe, damit wir, sie glauben, dass sie, freue mich, sie kennenzulernen. An alle, hier sind sie. Nachdem ich hier nach uns Station war. Rose, wenn ihr mich hören könnt, nach Top-of-the-World-Funk-Signal ein. Ich brauche Hilfe, damit wir, sie glauben, dass sie, an alle, sie glauben, sie, sie sehen. An alle. Ich brauche Hilfe, damit wir, sie glauben, dass sie, freue mich, sie brauchen. an alle wenn ihr mich hören könnt Top of the way, Cezanne Valley Ich brauche Hilfe damit wir sie glauben, dass sie freue mich, sich hinzulernen Oh, ein Lasergewehr brauchen wir was Was ist los, was ist Impeg an alle hier spricht Rose wenn ihr mich hören könnt nach Top of the way, Cezanne Valley Ich brauche Hilfe damit wir sie glauben, dass sie ja, ich komm noch an alle hier spricht Rose wenn ihr mich hören erfordert Skill 0, hab ich Skill 0 Ich brauche Hilfe Knackgeschlösser, 5 Stück äh Ich habe aber nichts drin, was ich brauchen kann Ich freue mich, sich hinzulernen an alle hier spricht eine Futter in der Dose kühlflüssigkeit, ich mach die Rose gleich aus Wenn ihr mich hören könnt nach Top of the way, Cezanne Valley abgekochtes Wasser Ich brauche Hilfe damit wir sie glauben, dass sie freue mich, sich hinzulernen an alle an alle hier spricht Rose wenn ihr mich hören könnt nach Top of the way, Cezanne Valley Obwohl hier die Leute die ganze Zeit hinlaufen und so, aber ja Ich freue mich, sich hinzulernen Ja gut ich markiere mir jetzt mit dem Punkt hier und dann geht's da hin dann geht's da hin und ich stelle das Radio ab Das haben wir noch markiert, ne? So, dann mach ich mal was, was man im Winter nicht tun soll ich stelle mich mal kurz hier hin Oh, da ist ja das Wetter jetzt anders geworden Dann gehe ich mal weiter Schön hier White Powder Das klingt ja fast ungut White Powder Who 999 1 1 2 2 3 6 5 Na schön. Ich wollte doch eigentlich nur hier ins Gebäude. Menschlicher Kiefer, was du alles... ...ja. Wintersports. Ach, weißes Pulverschnee. Ich habe hier gerade eine Kochstelle. Da werde ich mir kurz ein bisschen Wasser machen. Das dann nicht so schlimm ist. Und Köterkeulen. Da sollte ich ja jetzt genug von haben. Es ist egal. Oh, hier habe ich noch eine Bastelbank. Und mir fällt gerade ein, ich habe doch... ...einen Laser gefunden. Die könnte ich mir auch noch mal kurz... ...Lasergewehr... ...in die Favoritenliste packen. Und hier sind Figuren umgekippt. ...Ski-Outfit nehmen. Nee. Einkaufskorb. Kücheisbär. Ganz komisches Zeug ist hier. Ganz komisches Zeugs hier. In der Richtung ist jetzt das andere Zeugs. Hier ist noch mal eine Waffenbergbank. Und eine Schöpfkelle. Ich muss in die Richtung. Wahrscheinlich diesen wunderbaren hohen Berg hinauf. Kann ich mir hier eine Markierung setzen? Straight ahead. Okay. Na dann. Gehe ich doch mal zu diesem berühmten Berg, den ich... ...dreimal bei Streamern gesehen habe. Und mach das selber. Komm hier wahrscheinlich gar nicht durch. Noch Holz. Oh, das hat doch jemand hier einen Weg gebaut. Den Level-Designern. Komm, ich will die doch bestimmt hoch. Was hier hin. Die Höhle wäre hier nicht schlecht. Hier scheint es lang zu gehen. Wohl hier ist auch wieder alles. Bei meinem Glück muss ich einmal außen rum gehen. Ja. Durchs schöne West-Vigenia. Berg der Mutter. Landstraßen bringt mich heim. Ja, kann man hier lang mal gucken. Ach, sind wir aggressiv, ja? Gut, Mutter. Okay, das erklärt das. Aber warum hast du Leuchtfackeln? Aber warum hast du Leuchtfackeln? Was hier? Achso. Nur... Ähm. Ja, nur so ein Stück. Links auf den Boden. Hier waren ein paar Berg-Arbeiter. Mit abgekochtem Wasser. Harnspanner-Revolver. Nee, danke. Oh, ich brauche wieder was zu trinken. Der Hilfsmittel sind's. Ab. Aufbereitetes Wasser erstmal. Und noch ein bisschen abgekochtes Wasser. Einster Püree fürs Essen. Und... ...Dart-Away für die Verdauung. Ich habe mich von der Mutation Fleischfresser erholt. Warum habe ich mir eigentlich keine Köter-Kotkels reingeschmissen gerade? Okay, das war dann noch kein... Holz zum Aufsammeln. Was haben wir hier? Die Bergspitze erklommen. Ach, guck mal, ich bin... ...außen rum. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Wenn ich schon auf den Weg hier längs komme. Ist das geradeaus? Ist geradeaus. Über den Bahngleise und dann weiter. Oder Autobahn. N.A.R. Regionalstelle 98. Oh ja, ein großer Wachbund. Oh ja. Stellt er die Verfolgung auch irgendwann ein? Vorsicht. Steckt. Okay, gut. Da ist die Hütte. Und hier ist nicht der Weg. Ich bin immer noch auf dem richtigen Weg, hoffe ich. Und wenn nicht, war ich von Anfang eigentlich auf dem richtigen Weg. Oh, ich bin gleich da. Sieht zumindest aus. Kann ich hier Holz mitnehmen? Ja. Ich bin immer noch nicht auf dem rauch. Oh, ich bin nicht auf dem geflogen. Und da ist das so, was ich sage. Du hast jetzt aber gehst. ja da so ziemlich wachenberg bank muss er was muss ich schrauben krippelt er jauhui nein hier ist zu Genau da wollte ich auch hin, aber da sind Motorkar und die RIG. Warum gehe ich jetzt zu dem da? Genießt hier die Aussicht. Da irgendwo ist die Blume. Ich mache mir gerade Sorgen, weil ich hier jetzt so hoch bin. Ist er? Rabbit Wolf. Er ist Level 40. Vielleicht sollte ich mich woanders hinbegeben. Hier sind gerade viele. Merkwerk Blackwater. Waren denn die anderen Sammelteile noch? Ich glaube, ich gehe jetzt hier rüber und da lang. Dann wieder in diesen Bereich zu kommen. Ich könnte nochmal in meinen Pip-Boy gehen und die ganzen Quests wieder anmachen. Dafür brauche ich 25. Gib dich nach Top of the World, ja? Da. Neben Quests. Kann ich erstmal wegmachen, weil ich habe hier Jagd auf Schatten. Oder? Ja. Mission der Aufseherin habe ich auf jeden Fall dabei und die braucht 25 anscheinend. Genau. Hier, da, Rine und da. Da habe ich das Gas vergessen. Schreibenkäse. Aber da kann ich ja schnell wieder hin. Ach, da müsste ich sogar wieder hin. Ne, Moment. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Punkt, den ich mal markiert habe. Und dann springe ich da hinten hin, damit ich meine Sachen wieder finde. Und das Halluzi... 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 Dieses Gas wieder finde. Das hätte ich jetzt nämlich fast vergessen da hinten. Blutblatt, schön. Genannt nach der schönen Farbe. Ein Bild. Oh, keine Entdeckung hier beim See. Der sieht so gut aus, aber das ist schmutziges Wasser. Das ich nicht sammeln kann. Doch, ich kann sammeln. Oh, ich bin jetzt am markierten Ort vorbei gerannt. Markiere ich mal Standort Alpha. Musik